In diesem Video möchte ich einen der wohl wertvollsten und wichtigsten Tipps rausgeben, die man an einen Programmier-Einsteiger rausgeben kann. Und dieser Tipp ist ein ganz einfacher und zwar baue ein Portfolio. Ein Portfolio ist ganz einfach gesagt eine Projektsammlung, also eine Sammlung von Projekten, die du schon fertiggestellt hast. Und das sollten keine Projekte sein, die du irgendwann mal angefangen hast und dann ab der Hälfte aufgegeben hast, ab dem Teil, wo es schwierig wurde, sondern das sollten wirklich Projekte sein, die fertiggestellte Programme darstellen, die man nutzen kann. Wirklich nichts wird deinen Wert auf dem Arbeitsmarkt mehr boosten als ein Portfolio. Ein Portfolio ist die perfekte Möglichkeit, um deine Fähigkeiten sofort beweisen zu können. Es gibt sofort Einblicke in deine Arbeitsweise, zeigt, dass du auch in der Lage bist, Projekte fertigzustellen, und es gibt einem auch abseits von einer schulischen oder akademischen Ausbildung die Möglichkeit zu glänzen. Sich ein ordentliches Portfolio aufzubauen, gibt einem einfach ein gutes Gefühl von gewisser Sicherheit. Es kann zu jeder Bewerbung, die man macht, dazugelegt werden und auch wenn man jetzt gerade nicht auf Jobsuche ist, weiß man in der Zukunft einfach, okay, ich habe hier für den Fall der Fälle mein dickes Portfolio und damit kann ich wirklich meine Fähigkeiten beweisen. Zudem ist ein Portfolio auch eine coole Zeitkapsel, weil man damit immer sehen kann, was man in der Vergangenheit schon programmiert hat und dann kann man auch seine Fortschritte sehen, die man in dem Verlauf der Zeit gemacht hat. Ich gucke mir wirklich sehr gerne meine alten Projekte an, bin da natürlich stolz und sehe vor allem auch, welche Dinge ich heutzutage anders machen würde. Und übrigens, wenn dir noch die Fähigkeiten dazu fehlen, ein Portfolio aufzubauen, dann schau dir mal Programmieren starten Premium an, denn darin hast du viele verschiedene Kurse zu den unterschiedlichsten Programmiersprachen, in welchen du wirklich auch in die Praxis gehst. Link ist in der Videobeschreibung. So ein Portfolio muss natürlich nicht auf eine spezifische Jobbeschreibung angepasst sein. Es kann Spiele enthalten, die du programmiert hast. Es kann ganz normale Anwendungssoftware enthalten, experimentelle Projekte, Web-Anwendungen und vieles, vieles mehr. Pack einfach alle Dinge, die du bereits fertig programmiert hast und auf die du stolz bist, in dein Portfolio. Und wenn du noch keine fertigen Projekte hast, dann fang am besten noch heute damit an, dein Portfolio aufzubauen. Nimm das wirklich ernst, denn es wird dir in der Zukunft wirklich sehr viele Vorteile bringen. Es wird nicht nur dafür sorgen, dass du beim Bewerben auf eine Stelle mehr Chancen hast, sondern dich auch zu einem besseren Programmierer machen. Denn wenn du es wirklich ernst nimmst, Projekte fertigzustellen oder überhaupt mal Projekte umzusetzen, dann lernst du dabei unfassbar viel. Du wirst so viel mehr coden, als wenn du jetzt einfach nur die ganze Zeit am Rumexperimentieren bist, Sachen mal ausprobierst und es im Endeffekt dann wieder liegen lässt. Wenn du wirklich ernsthaft Projekte umsetzt, wirst du deutlich mehr Output haben, deutlich schneller lernen und wesentlich besser als Programmierer werden. Hätte man mir diesen Tipp früher gegeben, hätte ich schon viel früher damit angefangen, ein Portfolio aufzubauen. Glaubt mir, ihr werdet das nicht bereuen. Macht es einfach und dann werdet ihr auch wirklich sehen, was für Vorteile das mit sich bringt. Habt ihr bereits ein Portfolio? Wenn ja, schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr bereits programmiert habt. Und falls ihr noch deutschsprachige, einfach zu verstehende Ressourcen braucht, mit denen ihr eure Programmierfähigkeiten ausbauen könnt, guckt auf jeden Fall auch mal Programmieren starten Premium an. Link ist in der Videobeschreibung. Abonniert diesen Kanal, wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt. Und das war es dann auch mit diesem Video. Lasst einen Daumen nach oben da, das würde uns sehr freuen und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen.